Was haben die Violetten mit dem Treffen von dem Bedingungslosen Grundeinkommen zu tun? Das Bedingungslose Grundeinkommen ist die zentrale Forderung der Violetten. Und wir wollen mit dem Bedingungslosen Grundeinkommen erreichen, dass die Menschen würdevoll leben können und sich selbst entfalten können. Und wer bist du? Ich bin Julia Pötzl, Landesvorsitzende der Partei Die Violetten in Berlin. Hier ist Bernhard Rath, mein Vorstandskollege und unsere Direktkandidatin in Steglitz-Zehlendorf, Ingi Kölsch. Und das ist das zentrale Punkt des Bedingungslosen Grundeinkommen? Das ist einer der zentralen Punkte. Die anderen zentralen Punkte sind direkte Demokratie, Basisdemokratie sozusagen und mehr Spiritualität in der Politik. Das heißt mehr Achtsamkeit, mehr Respekt, mehr Toleranz gegenüber anderen. Eine Frage ist, Basisdemokratie und Demokratie, was ist der Unterschied dabei? Basisdemokratie und direkte Demokratie geht davon aus, dass das Volk wirklich gefragt wird, was wollt ihr? Und genau das wollen wir durchsetzen, dass nicht einfach nur die Repräsentanten des Volkes, die Bundestagsabgeordneten entscheiden, sondern dass die Entscheidungen vom Volk getragen werden. Und was ist der Unterschied, also ich frage jetzt mal so ganz neugierig, was ist der Unterschied zwischen Anarchismus und Basisdemokratie? Im Anarchismus macht jeder das, was er will. In der Basisdemokratie kann es geordnet abgehen. Da wird gefragt, welches Thema, das ist zentraler Punkt, welches Thema auch immer das ist, sei es jetzt EU-Verfassung oder bedingungsloses Grundeinkommen. Und dann wird gefragt, was wollt ihr? Und da kann dann entschieden werden, wollen wir das oder wollen wir es nicht? Genauso hätten wir uns das für den Kriegseinsatz in Afghanistan vorgestellt zum Beispiel. Und gibt es dann noch bei Basisdemokratie oder Direktdemokratie, gibt es dann noch Politiker und sowas? Also es gibt sicher Repräsentanten des Volkes, eine Versammlung sozusagen, die das dann zusammenführt, aber es wird nicht mehr so nötig sein, wie es jetzt ist, dass alle Macht vom Volke ausgeht und dann weg ist. Sozusagen einmal zur Wahl, gibt es dann mal kurz ein bisschen Macht und danach ist vorbei so. Ich gebe meine Stimme einmal ab und damit ist sie weg, das wollen wir nicht mehr. Okay. Cool, danke schön. Ich danke.